Hallo und herzlich willkommen beim Bake Club. Wir sind Ben und Bellchen und wir machen heute mit euch super leckere Apfel-Cupcakes. Das sind Cupcakes, die sogar eurer Oma schmecken werden. Ja, wir beginnen mit unserem Cupcake-Böden-Grundrezept. Das haben wir schon mal in einem anderen Video gemacht, aber wir machen es einfach nochmal ganz schnell. Das ist ein leckerer, saftiger Vanillebohnen und in diesen werden dann Äpfel noch reingelegt und obendrauf dann die Streusel. So, dafür ist nämlich der Herr, der Ben zuständig. Genau. Du machst die Äpfel und die Streusel und ich mache jetzt die Vanilleböe. Die immer mit Butter und Zucker beginnen und schaumig schlagen. Butter immer schön auf Zimmertemperatur, sonst wird das nicht. So, bei mir geht es jetzt weiter. Wir machen jetzt die Eier nacheinander noch dazu und immer auch ein bisschen Mehl. Nicht alles auf einmal rein, sonst ist die Maschine ein bisschen überfordert. Und du schneidest in der Zeit schon mal deine... Ich mache hier weiter mit den Äpfeln, genau. Die werden jetzt schön entkernt. Ja, so. Und dann schneidet ihr einfach so einen Streifen runter. Ihr könnt die natürlich auch kleiner machen. Ja, je nachdem wie groß die Cupcakes werden, muss man nachher mal gucken, ob die in die Förmchen reinpassen, sonst einfach nochmal halbieren. Aber die dürfen auch ruhig ein bisschen rausgucken, das sieht auch schön aus. Zweite Ei und der Rest Mehl, wo ich übrigens auch schon das Backpulver dazu reinhabe. Also das kann man dann so ganz zum Schluss dazu tun, einfach damit das Backpulver nicht schon von Anfang an arbeitet. Das arbeitet unglaublich schnell. Ich möchte es aber erst ganz zum Schluss reinmachen, damit es wirklich dann erst auch dann im Ofen arbeitet und nicht schon vorher alles grillt. So, da habe ich jetzt noch Milch dazu getan. So, alles ist jetzt gut miteinander vermengt und jetzt können wir auch schon das Ganze dann in meinen Spritzbeutel füllen. Mein Trick 17, wo ich dann hier alles reinfülle, hier dann aufschneide und damit dann wie mit einer Spritztülle meine Cupcake-Förmchen befüllen kann. Da mache ich jetzt aber erstmal die Papierförmchen rein. Ja, bitteschön. So, und ich muss mich jetzt vereilen, dass ich die Streusel fertig bekomme, also die Äpfel für die Cupcakes sind da. Jetzt werden noch schnell die Streusel gemacht, die oben rüber gefüllt werden dann. Dafür nehmt ihr einfach die Butter für die Streusel, die am besten auflösen, aber nicht zu heiß werden lassen. Ruhig auch erstmal noch stehen lassen, damit es wieder ein bisschen abkühlt. Den Zucker für die Streusel dazu. Alles vermengen. Und Streusel werden eigentlich erst so richtig gut, wenn noch ordentlich Zimt dazu kommt, ja. Deswegen auch noch Zimt dazu. Das schmeckt einfach dann super gut. Sieht man schon, wird schon schön dunkel und zimtig. So, und zum Schluss gebt ihr nach und nach das Mehl dazu, bis die Streusel die gewünschte Konsistenz haben. Oh, man sieht schon, es wird fester. Langsam kriegt's Streusel formen. So, umso mehr Mehl dazu kommt, umso kleiner und ja, umso feiner werden die Streusel. Jetzt sieht man schon, die großen Teile verwandeln sich langsam in so kleine Streusel. Das sieht doch schon richtig gut aus. So, in der Zwischenzeit habe ich meine Cupcake-Masse in meinen Spritzbeutel bzw. Gefrierbeutel abgefüllt und werde das Ganze jetzt in meine Papierförmchen füllen. Jetzt fängt der spaßige Teil an. Genau. Und jetzt beim Befüllen müsst ihr darauf achten, normalerweise sagt man ja immer die Papierförmchen so zu zwei Drittel füllen. Ich würde lieber ein bisschen weniger, weil es wird durch die Streusel auch noch und durch den Apfel noch mal extrem viel mehr in dieses kleine Förmchen reinkommen. Dadurch lieber ein bisschen weniger, also nur so halbvoll. Damit noch genügend Platz für Äpfel und Co. Gut, und jetzt die Äpfel dazu. Kann man hier schön freie Schnauze irgendwie reinpacken. Dürfen auch ruhig ein bisschen rausgucken. Ich darf auch ruhig ein bisschen hochbacken. Okay, und zum Schluss die Streusel noch rüber. Schön mit den Händen das Ganze auffüllen. So, dass es dann zum Schluss eigentlich ganz gut gefüllt ist. Das Ganze kommt jetzt bei 160 Grad 20 Minuten in den Ofen. Die Apfelstreusel Cupcakes sind jetzt aus dem Ofen gekommen und vollständig auf dem Gitter ausgekühlt. Und jetzt bekommen sie noch das leckere Sahnehäubchen. Genau, wir machen nämlich keine Buttercreme wie sonst bei unseren Cupcakes, sondern wir schlagen Sahne auf. Und während wir das aufschlagen, werde ich dann Stück für Stück noch Puderzucker dazu geben, damit es ein bisschen süß wird, aber nicht zu süß. So, die Sahne ist steil. Die kann jetzt abgefüllt werden. Mal nochmal kurz zum Test. So, jetzt habe ich mir hier wieder meinen ganz persönlichen Spritzbeutel gemacht. Aus einem Gefrierbeutel und kleiner Spritztülle habe ich ein Loch reingeschnitten und durchgedrückt. Und ich stelle mich schon mal bereit zum Dekorieren. Genau. Ich mache jetzt immer nur ganz kleine Sahnehäubchen quasi. Das wird dann noch mit Mandeln abgerundet. Das sieht doch schick aus. So, unsere Cupcakes sind fertig. Wir haben sie hier auf einer Etagere schön angerichtet. Die sind super lecker und riechen richtig schön nach Vanille und Zimt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Kommentiert dieses Video, schaut euch die anderen Videos an und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!